Herzlich Willkommen zum mittlerweile 8. Part von Lego Movie The Video Game. Ja, 8. Part. So, wir sind immer noch in Flachbusch und sind eigentlich gerade einen Kenyan lang gefahren. Ja, und jetzt sind wir wieder da, aber egal. Naja, wir sind jetzt halt im freien Spiel in Flachbusch. So, ich bin Michael Trubias. Hier kann man hochklettern. Da kannst du an den Stab springen. Geh weg. Ich brauch noch ne Weile. Ah, ja, sauber. Ah, da. Sehr gut. Es hat doch alles einen Sinn. 3 für 3 ist doch richtig. So hat die Bahn nicht verkehrt deswegen. Ja, wir klauen das mal kurz. Wir brauchen das nicht. Das stört doch keinen, oder? Das sieht aus, als wäre das mal frei für eine Lok. Ja, weil das auch in Schrauben steht da gerade. Das ist sinnloserweise einfach so. Einfach mal. Einfach mal so. Oh, schon genau. Und weiter geht's. So. Choo-choo. Flucht aus. Wir fliegen überall. Grundlos fliegen wir von überall. Ja. Na gut, wir werden von der Prinzessin fahren. Dritte 4 Eck zum Angreifen. Mensch, das wusste ich ja noch nicht. Also. Sonst hätte ich die doch schon alle erledigt. Ja. Verdammt. Schalter wie dieser können nur mit einem Schraubenschlüssel verwenden. Was schön. Schalter. Halte nach Hosenautomaten aus. Schau. Du kannst die verwenden um eingeschaltete Hosen auszuwählen. Wir haben ja halt nur die Discohose. Momentan. Momentan. Vielleicht finden wir ja noch mal irgendwann einen. Ja. Eigentlich gibt's ja in jedem Level einen, glaube ich. Gibt's in jedem Level einen? Ja, ich glaube schon. Ja, und dann... Hä? Jetzt sind wir wieder... Du hast es echt geschafft! Zug! Das hat gerade keinen Zusammenhang mit dem, was passiert ist. Ja, natürlich. Wir sind mit dem Wagen gefahren und jetzt sind wir auf einem Zug gelandet. Ja, aber was war das für eine Zwischensequenz gerade? Das meinte ich. Wo wir noch im Flachbruch kurz waren. Ja. Einfach um zum nächsten Level zu gelandet. Boah, ich bin ja... Ich bin ja ein bisschen davon geblieben in der Szene. Das ist voll gemeint, ne. Na, das sieht nach einem Job nicht mehr aus. Ja. Das ist zu versuch hier momentan in der Vorhelf. Wow. Ich bin ja nett. So. Nee, das sieht nach einem Job nicht mehr aus. Hoog, das ist ein bisschen der Jimi. Das Frau ist ja nicht. Ein blauer Stein. Ich dachte... Hat nicht funktioniert. es man die auch es nach es sagt mich auch der die einfahrzeug die ja die Räder werden nicht so als Rad genutzt Katapult, cool Katapult die Räder sind wirklich der Viereck und der Markt ist der Katapult angegriffen ja, das sind doch mal Baumstärme wüsste zwar nicht warum die in der Mitte einfach nur durchbrennen sollten aber muss ja nicht logisch sein, es ist ja ein Videospiel ok, was gibt es hier? was zum Kurbeln was zum Bohren und was zum Bohren und glaube ich so viele Sachen die Emmen machen kann ja außer Meisterbaum rein komm, ich bau jetzt hier was Schickes verdammt ich mach mal, ja? ja, danke ich bin ja nicht so gut ja meins sah viel besser aus ach, das ist ein Trampolin Trampolin kann ich doch nicht, wartet mal ja, ich geh schon mal vor soll ich noch einen anderen Charakter hochbringen? kannst du mit ihm hin? ja mit Victorious habe ich gleich beim ersten Mal geschafft aber ich hab verkackt, drum weiter zu laufen ja, Mann geh mal da geht doch nein, das war nicht die Show das war Freundschaftsdienst so der wollte auf den Zug Pech für ihn ich hab ihn runtergebrochen ich hab ihn runtergebrochen wir werden sie weiter senkt die Plattform mit dem Kahn ab Wildstyle komm schon, springt rüber dann guck wir müssen den Kahn schwenken nicht nein, das mach ich nicht mit Absicht ich hoffe, dass er runterfällt wo ich bin 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 jetzt mit einem Bauch oben auch ein fahrendes Zug ja, vor allem mit Raketengeschirz und der hat seine eigenen Kopf weggeballert ja, weniger die wir fährend haben achso oh, ist ganz fliegen so ging das also meine Farbe Zugang zu fliegen oh, ich mach was verdammt naja, ich glaub das kostet Zeit Was immer das... Achso. Achso, hört mal. Stopp. Stopp da rein. Stopp. Ach, da hab ich noch wieder. Das war garantiert falsch. Das ist ziemlich lustkant, was ich hier mache. Nur für euch. Würde ich das. Ach, da geht's weiter. Ich chill hier so lange. Würde ich doch jetzt ein bisschen mit dem Kopf. Zeit. Jetzt bin ich auch wieder hier hinten. Ah, gut. Ich bin halt auf dem Boden lange. Ja. Keine Zeit. Bei uns hat man halt nicht nur Gameplay, sondern auch ein paar Glitches dabei. So. So. Mensch, darf das richtig. Die sind ja gar nicht steiler. Ja, ist doch egal. Na gut, eigentlich nicht. Aber... Du kriegst die. Ja gut. Das war klar. Ja gut. Jetzt wird's rum. Der rumschar erwartet dich. Ja, also Mama muss mich ja vorkriegen sollen. Ah, da ist er. Hier. Geh mal voll gemeintem Grundfeind. Ja, aber der ist nur weit hinten. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Da ist ja eben gerade gestorben. Ja, doch tatsächlich. Das ist dieses Goldene, was da leuchtet. Ja. Oben auf dem Stuhl. Ja. Ich muss da oben dann auch... Ja. Ja. Ich brauche ich mal eine Leiter für euch, damit ihr... ...langweiler da aufrufen kommt. Ach, mir ist ein Treppe. Damit der Alte da... Bei Bitzorius ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ja. Danke. Hm. Wir brauchen aber vor allen Dingen Emmet. Weil... Als ich aus Versehen in die falsche Richtung gerannt bin, habe ich schon gesehen, dass es hier... ...braucht. Ach doch, komm. Ja. Machst du lieber mal mit dem Alte, der kleine Puster und der andere Tapetiker. Ja. Waaah. Warum explodiert? Um, wenn wir Weltkump da aufziehen... ... und das wirklich... ... oder... Nein, ich springe mal ganz kurz, sorry. Ah, das ist jetzt halt der andere Job. Ja, nein, ich bin einfach so talentiert, ich hab's auch ohne den Kopf. So talentiert. Ja, so talentiert. Oh, die 70er hat er nicht. Hast du sie? Oh, nein. Jo, du kannst bauen. Eine Tribüne oder so. Okay, Quatsch. Wie denn das ist Hebebühne? Nicht Hebebühne, ne? So eine Hand in Zuhause oder eine Duis? Ja. Weil... Ja. Hebebühne. Oh, das war's schon. Schwierig. Hey, das ist so wie ich das brauche. So vom Schwierigkeitsgrad her. Okay, jetzt kommen auch die anderen, weil da ist halt weiter hoch. Äh, die verlaufen den Halben. So, dann nehm ich den mal. In der Wildstyle. Ich muss mal warten, dass hier ausklappt. Oh, nein. Jetzt müssen wir noch mal warten. Du schaffst das. Ich hoffe. Aufklappt? Ja. Heißt, heißt... Ohhhh. Hey, da war ein goldenes Teil. Das ist doch immer wieder gut, wenn man daneben springt. Ja. Habt ihr da einen anderen Weg für euch zweifeln? Ich gehe, man muss sich doch bestimmt irgendwas machen. Ja. Gut, dann schau. Oh, jetzt muss ich warten, dass du vorgängst. Ja. Da ist eine Leiter. Ja. Warum glaub ich immer nur von Google Cloud? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Dann ist das so. So, ich bin mir da einer weg. Dann ist das so wie es scheint. Andere Pünste. Das ist immer ein Verlag. Ach verdammt. Das wird niemals dazu kommen. Ja, hab ich auch schon geschafft. Ja, ja. Das ist immer. So. Und es wird ein... Ding. Eine Bremse. Ah, ja. Da können wir jetzt noch... Hat doch alles einzig. Oh, der Gang. Nein, Mann. Oh, genau die Lücke reingejumpt. Ja. Aber unsere Zeit ist auch leider schon abgelaufen. Und ich würde sagen, danke, dass ihr euch die 8. Folge angeguckt habt. Und die Neute kommt. Und dann freuen wir uns für euch. Tschüss. Ciao.